Hallo zusammen, die vierte Woche Fortnite hat begonnen. Es gibt wieder neue Herausforderungen mit dem Titel Dock Deal. Wenn ihr dort acht Unterherausforderungen im Herausforderungsbaum geschafft habt, bekommt ihr diesen Ladebildschirm. Dort versteckt sich von Fortnite der Buchstabe T. Ich werde das nachher noch markieren. Der ist zwischen den Kränen oberhalb auf der Plattform. Das ist wieder ganz einfach. Hinfliegen, einsammeln und dann im Herausforderungsbaum Alter Ego eine Stufe weiterkommen. Ich mache das jetzt schnell im Solo. Ich gehe davon aus, dass da aktuell keiner hinfliegt. Und dann müsste das zu schaffen sein. Der Ort, wo es zu holen ist, ist Dirty Docks. Und das sieht man schon von Weitem. Da stehen zwei Kräne am Hafen. Und zwischen den Kränen ist eine Plattform. Da kann man entweder drauf landen oder die Treppe zu Fuß hochgehen. Ganz außen Dirty Docks, direkt am Hafen. Das ist jetzt ein bisschen weit weg von der Flugstrecke. Aber das müsste machbar sein. Hat eventuell den Vorteil, dass dort keiner landet. Oder wenn jemand landet, sind nur Bots dort. Das ist jetzt ein bisschen ein paar Lebens so noch mal abspringen müsste müsste ich schaffen 1000 300 meter vielleicht schaffe ich nicht ganz drauf zu landen muss ich halt die treppen laufen na das könnte wird knapp naja ich hoffe ich komme über den berg ja es muss klappen ja auch gerade so aber auch den kran plattform da komme ich lieber drauf da geht daneben schade schnell hoch und links beziehungsweise wie in der dem fahrer kommt rechts müsste das tee sein in meinem fall jetzt links rum eine waffe da ist es einfach einsammeln und das war es doch jetzt habt ihr den versteckten buchstaben t gefunden ach dann wird ein paar stufe noch hoch dann wird wahrscheinlich nächste woche dann das n kommen und so weiter interessant ist sicherlich wenn man fortschneid voll hat was dann kommt so ist einmal noch bei alter ego gucken dann müsste jetzt eine stufe weiter sein und dann sage ich mal tschüss dann schau mal dann ich 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 Bis zum nächsten Mal.